endlich na endlich es funktioniert doch also 360p wollte jetzt hier keinem anderen und 540 war auch noch ein bisschen knapp zwischendurch ja für die leute die das jetzt das display auf youtube gucken ich habe eingeblendet welche auflösung ich streamen kann auf jeden fall da steht dann auch immer wenn ich zu wenig oder unter der einstellung bin und das 340p warum auch immer fragt mich nicht ich habe keine ahnung ob die internetleitung so ausgelastet ist oder überlastet wie auch noch naja aber jetzt funktioniert wenigstens auf der auflösung die ich haben wollte wir brauchen dringend schnell level damit as modern und turn 8 vergessen silvanas war danach steht okay gut aber für as modern braucht man schnell level damit er nachher seine eigene armee aufbauen kann die ist so schlagfertig das habe ich ja schon einige male ausprobiert und auch hinbekommen unschlagbar 250.000 diener und gebäude schaden wenn man die zeit hat und dann macht man den dann macht man diese zitadelle auch alleine platt also ich sitze gar nicht in der mitte kommt auch mal vor ja so jetzt strategie mäßig jetzt werden erstmal alle wieder in die mitte brennen wie bescheuert ja am besten wäre es natürlich wenn man jetzt die force übernehmen könnte das ist jetzt noch mal interessant das habe ich nicht gewusst wenn wenn man jetzt anstatt drei mehr türme hat die man kontrolliert also die vor sozusagen also mehr kugeln werden abgefeuert wenn wir ein altar bekommen auch noch mal interessant das wusste ich jetzt wirklich nicht ich hätte einfach gedacht dass das jedes mal drei sind aber klar so kommt man auch auf zahlen und so kann man dann auch vorteil zu nachteil also vor oder eine gewisse dominanz umdrehen in dem man einfach ein vorblatt macht und dann den turm aktiviert hat man auch noch vier schläge da helfen wir den anderen einfach mal das ist ja sowieso vielleicht kriegt man ja dann wenn man oft genug geholfen hat doch noch einen bonus war das jetzt das richtige ja doch doch nicht alle in die mitte asmodan oben ich unten könnte ich wieder sperren wollen wir doch mal sehen was hier so kreucht und fleucht hier ist gar nichts jetzt sind die noch enttäuscht dass sie ihren affen nicht bekommen haben auf jeden fall werde ich ein bisschen hier unten dran arbeiten da stehen langsam kleinkrieg wäre auf jeden fall sehr hilfreich ja 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 das ist schade ja Aber glücklicherweise dauert das hier nicht lange. Das ist eigentlich wirklich nicht alles zu lange. Ich bin auch unterwegs. Was ich auf dem Weg aber noch machen wollte, war... ...bedeig zu kriegen. Also fermanent. So. Nicht gut gehen los. Aber auch wenn es jetzt nicht viel hilft. Sagen wir es so. Es hält mich dann doch immer noch ein Stück länger am Leben. Hammer, ja? Ja. Nein. Nicht gut. Ich kann nicht viel machen. Wieso mittig unter Druck setzen? Eine Antigravitationsbombe. Die schön nach vorne geschossen wird. So. 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 ist. Sollte. So. 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 Check die laufen oben draus. Nein. Die laufen unten aus. Sehr schön. und das ist ein bisschen hervorragend ok ich werde mal Lady Lungs unterstützen was wird damit wir jetzt hier durchgehen denen geht es sogar noch relativ gut ok und ob ihr das weiß wie das tja manchmal muss man eben auch Opfer bringen aber damit habe ich die Lane geklärt und einen gekillt da ist einer schön was ist das denn jetzt was ist das denn das ist ein Dekker wie wäre es denn das ist ein Dekker was ist das da rum da ist ein Dekker wow wo w w w w w w w Juuuuiuiui Und welcher Dickel? Oh, das ist einer! Sekunde Blödes Misting Ich glaub die Batterie ist langsam alt, deswegen macht er so'n Terz Weil die Zeit ist total unsinnig Für, also um die Zeit lass' ich mich nie wecken So, Vorsprung haben wir genug Oh Let's us capture this mercenary tank Oh Oh Ach du es Warte verloren, Schmilde? Was für eine Schmilde haben wir denn verloren? Was ist denn hier bei der Schmilde? Heißen die verschiedenen Fässungen unterschiedlich? Kann natürlich sein Ähm Ähm So So Wurde ich sagen Tja Tja Mist würde ich mal sagen Ich bin wieder tot Weil sie sich Weil sie sich so gut angelassen hat Okay Jetzt ist zur Ruhe Ähm Die sind jetzt zwei tot Das ist ein bisschen blöd Warum geht's ja auch nicht unbedingt Und Was hab ich eigentlich die Zeit eigentlich gemacht hier? Okay Mittlerer Helden Schaden Ne mittlerer Kapitiner Gebäude Schaden Hm Ganz okay soweit Ganz okay soweit Schön Haben genug Deckel gegeben Wenn das funktioniert Und der Übernahme Ja Macht ihr mal Ich hab deine Glande noch zugebracht Ich hab meine Zeit und Energie drauf verschwindet Okay Oh Okay Was haben wir denn hier? Ja Auch wieder Loderlach Schon mal wieder zurück Oh Oh Okay Wollen wir doch mal sehen Ob wir da unten die nicht klein kriegen Eingang Ausgang Das hätt ich es benutzen sollen Nein Was ist das blöd? Ach Die wurde doch grad vergiftet Ja Das ist nochmal wieder rein Ein bisschen Schaden angerichtet Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein Deckung Verdammt Das war natürlich jetzt Gerade ganz übel Nach Nacht Ich brauch gar nicht erst gucken Obwohl Die tauchen ja erst gleich auf Vielleicht kann ich nach unten gehen Und da Jetzt tauchen wir auf Und 10 Sekunden bin ich dann da Oh Nicht gut Nicht gut Allerdings würden wir 5 Kugeln schießen Wenn wir Übernehmen Eine Minute Eine Minute Ständig diese Duelle Alter Jetzt würde ich doch gern nochmal den Todesrückblick sehen Alter Ich bin da hingekommen Wollte sie meinen Angriff ansetzen und war tot Irgendwo haut das jetzt nicht hin Mit deinem Tag So Der Turm wäre schön Der Turm wäre schön Dreimal wenn du kaputt bist kannst du gehen Das mach ich schon Ich glaub der hat sich da irgendeine Attacke falsch ausgesucht Das ist doch grad mal egal Wir haben grad einen vorniedergesen Verdammt Ah Schön Wunderschön 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 Wow Jetzt kriegen wir 6 Stück Ja beide kann man feuern ist mir ziemlich wurscht Ich hab das Feuern. Was ist da mal die Hauptsache dabei? Ah, vier. Sehr. Drower is retorted. Gefailed, das war unser. Ach, doch nicht der Boss, das ist doch langweilig. Okay, okay, okay. Immer mit dabei. Ah, ja. Oh, die Fresse. Schon wieder. Schon wieder gewonnen. Auch wenn das... 1,14,9. Naja, es hätte besser laufen können. Es hätte besser laufen können, aber... Tagesquest abgeschlossen. Noch mal den Affen gefangen, aber zählt ja bei mir nicht mehr. Ich bin ein Level aufgestiegen. Und ich brauche nur noch 2.739.000 Erfahrungspunkte. Das heißt, noch so ein paar Spiele und ich bin durch damit. Von daher...